Moin, meine werten Freunde, was geht und willkommen zu diesem neuen Video. Heute reagieren wir auf Karton-Wies' neues Pistoff, und zwar Dom Tendo und seine drei Gehirnzellen. By the way, lasst ihn aber da und natürlich auch einen Like, den auch angezeigt werden. Es wird wahrscheinlich sehr witzig und ja, ohne weitere Umschweife würde ich sagen. Wir starten und im Hintergrund ist auch noch Jupiter, denn der reagiert glaube ich mit mir zusammen. Also, let's flippin' go! Okay, meine ich jetzt gar nicht. Zumindest ich höre es nicht. Herzlich willkommen zu diesem neuen Kurzprojekt. Wir spielen Super Mario 64 Sapphire, ein Mario 64 Hack von Nebula. Veröffentlicht am 10.2017. Was? Es gibt vier neue Sterne zu sammeln in 30 neuen Welten. Nee, es gibt 40 neue Sterne zu sammeln in 40 neuen Welten. Ja, es ist jetzt schon zu gut. Irgendwas mit dem Datum war auch nicht, aber oh mein Gott, das ist jetzt schon einfach bombenmäßig. Also, wie gesagt, das Auber-Buy-Karton gelohnt sich. Außerdem eine geheime Welt und ein ingles Bowser-Finale. Oh, nice intro. Es gefällt mir. Da habe ich jetzt eigentlich nur einen Versuch, das kann ich gar nicht schaffen. Ich hasse diese blöden Sprungboxen. Ja, war ja klar. Danke. Natürlich, natürlich. Immer gerne. Directed by Robert B. White. Zu... Ist das was? Zu... Grilled. Oh, red tree. It's a red tree. Gibt es den Clip wirklich noch? Dann gebe ich das Feedback. Bitte bitte und wir sind noch nicht mal eine Minute drinnen. Sass. Sass. Oh, dann ist das aber... Dann ist das aber ein witziger Troll-Effekt, du. Nee, okay. Hä? Hat sie sogar gelaggt? Hörst du dich? Ja, ich hör' dich. Viele sagen, der Herbst ist der schönste Monat... Hey, Bro. Ich hab... Hey, Bro. I lost my kid for like the 69th time. Can you do your thing? Da fiel mal das... Goofy A. Kannst du es mir holen? Okay, das ist... Das ist richtig. Ich hab Stücke mal vor. Oh, Gott. Zu kalt. Ist zu kalt. Was? Was, was, was? Zu kalt. Ist zu kalt. Zu kalt ist zu kalt. Natürlich. Domtendu, der weise Mensch. Hat uns gezeigt, was kalt ist. Süß. Dass der Switch ausreicht. Aber dann eben nicht. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Boah. Das war ja sogar noch knapper als gedacht. Nein. Warum ist jetzt da die Waffe? Mein Stream ist noch live, Kollege. Ja, ich weiß, dass mein Stream live ist, damit du mir zuschauen kannst. Okay. Moio. Moio. Was? Was? Alter. Tiga. Ich hab da nie draufgekommen. Ich hab jetzt da Roadshow nie draufgekommen. Ey, wie geil. Warte. Hier. Hier. Moio. Achtung. Moio. Oh Mann. Mann, du bist so fett. Wie fett du bist. Woher. an wie findet man eigentlich so die Clips er war wie geil das Ding gibt es nur zwei Minuten aber ich finde es so zu tun fucking Teilen um an Lahl voll Idiot hey wieso finde ich diese Bestes immer so geilen ich habe um die wenn du gerade in den Best-of-Arbeit ist dann macht das nächste bitte bisschen länger denn die sind der ist der lieben vollidiot Diagnose Autismus es hat sogar funktioniert mit der Red-Coin Mission schon brandgefährlich ah diese Red-Coin sind brandgefährlich ich wollte sagen diese Red-Coin diese Red-Coin Mission ist schon brandgefährlich aber ich kam auf Red-Coin sind brandgefährlich mein Gehirn hat keinen Bock mehr und den Lawen ja 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 aber nur zwei Parts ganz hart so und danach ging ich mir etwas Essen holen und habe dann bemerkt dass der Part beziehungsweise diese Reaction noch ziemlich ziemlich kurz war und habe mir dann gedacht ey ich mache einfach noch eine zweite Reaction heraus während ihr mich essen ja warum nicht ja damit ihr gerade wisst wieso ich jetzt etwas viel Spaß mit der zweiten Reaction so 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 Freunde ja mach ich gleich um ja das ist es zu tun so ein kleines Joghurt und ja damit ihr nur gut Freude also ich würde sagen wir reden gar nicht lange und das mal hier um sondern starten mit dem Servus und das ist ein Dumm mehr im Trug für ein paar Blatteklips Video let's go, okay Pumped up kicks, you better run better run P-Portal, K-Abrio Boah Digga, halt so gut Hahahaha Digga kann nicht essen, weil du geil bist Hahahaha Hahahaha Digga Also, Würfel ist ja geboren aber einfach an die aber nicht was gab es hier das ist der ließe das und zwar zu dir ist er haltet die also können Die Lidl-Mamanzini-Lasagna fertig aus der verfickten Mikrowelle. Scheiße! das ist so good das ist realtime so good we can still do it guys alright just communicate okay you gay you gay why is this really well rent in a nutshell is this really well rent in a nutshell please not lol look at this music this was so Avengers so 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 I see See no difference See no difference See No Difference I see I see no single difference Nee ich lass dich gerne auch noch oben da Nee Spass Nee Freunde das war's dann natürlich auch wieder mit dem Video Ich hoffe ihr hattet Spass Ich hoffe Ihr habt gelacht und lasst natürlich ein Abo da ein Like und wenn ihr Lust habt natürlich auch einen Kommentar Ihr freut mich über jeden Kommentar von euch und ja das ganze gibt natürlich auch bei Cotton machen und ja ich würde sagen wir sehen uns beim nächsten Mal Aya Kame Tendo bei Kame Tendo bei 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 Vielen Dank.